So, yo Leute, ich habe heute Post bekommen Ja, von Fingerboard Store Das ist aber auch das einzigste Tolle, was heute passiert ist Ich habe heute Post bekommen von Fingerboard Store Und ja, ich mache das jetzt immer auch Dann haben wir hier erstmal Mal Sticker Substance Nochmal Heria Shithersens Fingerboard Store Große Heria Fingerboard Store Und hier ist das Low Pro, das ich mir bestellt habe Das ist das Engraft 2 Logo 2 Und dann mache ich das mal auf Hier steht es aber nochmal Ein Glas Stack Eine Lage Tape Ähm, ja, eine Lage Tape Low Pro, keine Ahnung Volunteer Stack Jetzt mit dem Family Shape Moment Und Und Hier ist es nochmal dran Ja, der Foto-Fokus ist jetzt nicht richtig reingestellt Äh... Ja, ich zeig euch nochmal Ja, ich zeig euch nachher nochmal So, und ja, das ist es halt Mit dem Family Shape Mit dem Family Shape Schönen Poppots auch Und Ja, ich Mach jetzt mal Also stelle mir jetzt mal mein Setup zusammen Und dann gleich zurück So Ja, Leute, ich bin's wieder Hier ist das Low Pro Zusammengestellt Mit Black River Trucks Und Winkler Wheels Und hier Hier sind nochmal die Plies Die wollte ich euch jetzt zeigen Ähm, ja, ganz normale Plies Ja, und ich bin mit dem Low Pro zufrieden Äh, vor allem mit dem Shape Ist ziemlich Hoch Eigentlich Und Ja Ich kann's euch nur raten Kauft euch so eins Ist echt geil Ähm, und ja Bis zum nächsten Mal, ne?